Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch nur noch schnell mal eine Anleitung, wie ihr diese ganz kleinen Perlen auf die Rainbow Loops bekommt, für die Gummibänder. Es gibt ja auch Anleitungen, wo man diese Bänderperlen verbraucht. Ich habe ja auch einen Perlenamband und da man ja meistens immer diese großen noch, geht das ja einfach so durch. Aber wenn man jetzt die kleinen haben möchte, dann braucht man den Nylongarn. Da kommt man eigentlich in jedem Bacillan und davon nehmt ihr einfach ein Stück ab, fädelt das durch die Perle, einmal drauf, dann einmal durch das Gummi, wo es drauf soll. Dann fädelt ihr das Ende wieder durch die Perle. Einmal wieder raus. So, durch die Perle das Ganze. So, dann schön beide Nen festhalten und ordentlich ziehen. Bis ihr sie dann drauf habt. So, dann könnt ihr am Gummibüschen ziehen. Und so, es geht es am schnellsten, die Perle aufzufädeln. Ich hoffe, ich kann euch damit ordentlich helfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Perlenarmwändermachen. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!